Am 31. Dezember heißt es wieder auf der ganzen Welt frohes neues Jahr. Aufgrund verschiedener Zeitzonen klären die Sektgläser allerdings nicht überall zeitgleich und eine Ortschaft im hohen Norden feiert deswegen sogar gleich Doppel-Sylvester. Dabei handelt es sich um die Doppelstadt Haparanda-Tornio, die von gleich zwei Grenzen durchzogen ist. Zum einen verläuft hier die Grenze zwischen Finnland und Schweden, zum anderen liegt sie innerhalb zwei verschiedener Zeitzonen. Der Grund? Während die schwedische Seite sich in der UTC-Plus-One-Zone befindet, liegt die finnische Seite in der UTC-Plus-Two-Zone. Wie Reisereporter berichtet, zelebrieren die Bewohner und Bewohnerinnen ihr Neujahrsfest dennoch gemeinsam und das gleich zweimal. Mit dem Open-Air-Festival Happy New Twice wird zum Doppel-Countdown sogar ein eigenes Event auf dem Viktoriaplatz gewidmet, der mitten durch die Zeitzonengrenze verläuft.